es gibt neue maps das ist auch glaube ich version 0.4 punkt weil sie nicht ich glaube das ist version 0.4 1 oder so wir standen direkt rein ins namen ist mit der ersten runde haben es dann fangen wir doch was uns nur geiles günstiger ich will diesen galaxy standen ich bin ehrlich ich will die namen sind einfach so wendem auch in diesem game dahinter der halle lenny penny in der erste runde die erste ist die lebe direkt da ist die lebe direkt gewonnen ja wenn wir mich wenn wir bespunsten in dem game keiner kann bespunten in diesem game und ich verstehe diese roboter ja weil ich will wirklich ich musste wirklich mal wieder in den zusammenkriegen dass ich meinen namen wieder ändern kann aber ich freu mich grad einfach wieder weg zu sein ins sammeln dass ich hab ehrlich gesagt wirklich so lange wie kein landes haben wir gespielt ich glaube ich habe sogar nach der letzten folge die jubel an hat die installiert weil ich keinen bock mehr hatte weil mich das game so abgefuckt hat weiß ich auch noch wie es geht aber ich weiß ehrlich gesagt wie die games funktionieren ich weiß das alles noch angriff 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 wer bist du moro geh mal weg geh mal schlafen wir werden von sorry gull du ungell militär stepp wird uns die Ich weiß es nicht anders. Geh mal weg! Geh mal weg! Geh mal weg! Geh weg! Geh mal weg! Geh mal weg! Get the fuck out of here! Geh mal weg! Na! Pass auf! Oh mein Gott, Digga! Wie? Hä? Wo kommt diese Banane her? Banane kommt aus Backrooms! Ja! Egal, easy! Wir haben gewonnen! 8 zu 2! 9 zu 2! Steht für uns gerade! Nein! Nein! Ja! Reingeschissen hat er! Reingeschissen hat er! Reingeschissen hat er! Reingeschissen hat er! Wie komme ich jetzt auf Nivea, Digga! PC! Mein Sponsor übrigens! Muss man kurz das Mikro mal ein bisschen drehen, damit ich die Aufnahmezeit sehe! Wie lange ich hier aufnehme! Ich hoffe in der Neue Map? Ne! Okay! Bisher haben wir keine neue Map bekommen! Under... Ne, over and under! Ich hasse diese Map so sehr, ne! Weil die hier alle gefühlt so hart tryharden! Und ich weiß noch in dem einen Stream, den ich hatte, äh... Dass ich hier übelst gestruggelt hab! Ja! Ja! Reingeschissen habe ich jetzt! Egal! Laufzeit, den normalen Weg! Marokk! Amoraken! Egal! Ja gut! Der hat's natürlich jetzt, ne! Ja! Ja! GG! Trotzdem! War so ein geileres Runde mal wieder! XP direkt natürlich mit Jagen gemacht! Schau mal! Schau mal! Das kriegen wir! Kann ich eh wieder irgendwie so das gehen, den ich wahrscheinlich schon noch! Den hab ich durchgekommen, oder? Noch den hab ich, okay! Ja! 30. Ja! Kann man nicht sogar mit 30? Ah! Können wir sogar! Aber bringt mir nix! Weil da ist nix! Nächster Part! In 17 Tagen und 23 Minuten! Den wir haben von 10.000 Truppen! Leute, ich würde sagen, gehen nächste Runde! Auf der Jagd nach den neuen Maps auf jeden Fall! Äh! Oh! Bei Lavalant bin ich glaube ich... Von mir und Karin bin ich glaube ich bei Lavalant immer noch der ungeschlagene Champion! Zwischen uns auf jeden Fall! Oh no! Bei allen anderen Maps dagegen scheiße ich natürlich rein! Mr. Winner! Ja! Sieht man's! Mr. Winner! Mr. Winner! Mr. Winner! Verdammt! Whio! Hahahaha! lobbying startled ist mit seinem namen ok er hat reingetakt der komplett jetzt ich glaube aber diese nfl ist nur team ich kann mir gut vorstellen dass es so ich habe natürlich nicht geschafft das ist peinlich dass ich das nicht geschafft dann ist große flaggen als dinge die mann und von mann ja auch bei mann wie sie also zieht nahe reinzukommen sie eigentlich aber ja im finale dann zu gewinnen das ist halt schwer ich dachte gar nicht da steht perlec gelte junger jerry perlec kurs an der schlanzer und schüssen und nein ich hasse diese map also da muss ich wirklich sagen da hat schweihaden die so hart als wer ist er um einmal schädel und das ist eine kleine kinder ich warte jetzt ja und dann scheiße ich auch noch ein bitte verkackt der eine muss aber sagen dass sie das immer noch abreden oder ich auch es gibt sogar immer noch dinge es gibt sogar immer noch turniere es gibt noch eine runde preise wir sagen noch eine runde schlecht gehen wir jetzt in der runde wer weiß das haben wir jetzt das glück und eine neue runde und schon so eine neue ja ok ja ok reingeschissen jetzt jetzt sie ich habe ein geschissen vergessen ziel wird nichts mehr ich würde sagen das war es mit diesem video wenn es euch gefallen hat das gerne eine gute bewährung da schreibt gerne mal in die kommentare wenn ich mehr als w aufnehmen soll und hochladen soll und dann würde ich sagen haut rein bis zum nächsten mal bis dann tschüssi his heart is cold his lines are gone the strength is last the cry of death his silence is strong now now her 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 her